Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mit mir und mit dem Peter. Ja, wir befinden uns immer noch auf der Fahrt von Zürich nach Ciscat, genau nach Ungarn und haben noch knappe, ja, 830 Kilometer vor uns. Ja, eine gemütliche Fahrt noch. Ja, ich möchte mich gerne erstmal bei euch bedanken, denn ja, ohne euch hätte ich das glaube ich nicht geschafft, denn ja, ich habe schon über 1200 Aufrufe, nur alleine diese Aufrufe hat mich schon sehr weit gebracht und ich bedanke mich bei euch für die Videos, denn ja, ich habe bis jetzt schon über 1200 Videos, ne, über 200 Videos, sorry, über 400 Videos hochgeladen und ja, 1200 Aufrufe, das ist die dreifache Variante, das Dreifache und Dankeschön erstmal dafür, denn ja, ohne euch würde ich keine Let's Plays machen und ja, danke. Ja, deswegen würde ich sagen, wir hören uns auch gleich wieder, bis dann. Tschüss. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Erst morgen früh online gehen Denn ja, ich muss ja noch schneiden Und muss auch bald schon los Denn ja, ich habe ja heute Den großen Tag Und von daher Ja, nimmts mir nicht böse Wenn aber erst die Folge morgen dann kommt Ja, deswegen würde ich sagen Wir hören uns auch bald wieder Beziehungsweise wir hören uns jetzt schon wieder Denn ja, ich werde eine kleine Pause gleich machen Das heißt ja Es wird dann der dritte Teil geben Und ich würde sagen Wir hören uns auch gleich wieder Bis gleich dann Im nächsten Let's Play Eurotrack Simulator 2 Multiplayer Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich